Auf das Dorf aus Hallöchen und yeah, it's right. Ja, das glaube ich. Ich habe sowas tatsächlich noch nie gemacht. Aber nicht aus so einem traurigen Grund, sondern einfach so eine schöne Erinnerung vielleicht mal. Ich muss frisch das mal anhauen. Vielleicht passt das. Um, are you guys all set up to leave? Nein. So, we have to leave again. I think, I'm kind of scared. Oh, honey. Ich hab die Idee für die Hochzeit. Was? Notfall wird dazu genötigt. Ähm. So Himmelslaternen steigen zu lassen. Also diese Laternen, wo man die ja vorher drin hat. Also die Kerze drin hat. Die klingen dann hoch, hoch, hoch in Luft. Und das ist ja so, dass wir das zur Hochzeit dann machen. Das wollte ich immer mal machen, aber aus romantischem Anlass. Und das ist nicht aus traurigen. Und da habe ich dann gesagt, dann nötige ich dich zu. Falls du dagegen bist. so. Ähm. So. 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 ganz so diese kerzen anmachen diese ld kerzen wenn gewisse jemand meine zigarette dran anmachen auch reinpacken dann hast du keinen flächenbrand so romantisch wie so eine kokosnuss das ist das ist romantisch das geht doch auch mit elitäts musst du keine riebrennende kerze sein danke so much karen i knew what i was doing when i came to haven point looking for your brother i felt it was the right thing to do and i feel the same today i tried to live by my own rules no matter what i don't expect you boys to be like me but try to stay true to yourselves this is your life don't let anybody get in the way fuck the rules we'll do whatever we can to survive that's fair yes it is oh yeah that's where we can all the way from seattle to arizona nobody could ask for a better brother das sieht doch nicht so schön aus okay this is the last roundup wait let me see bye to joe air or something maybe verschieben farbige oder luftballons mit leds wie die die zu halloween hatte waren ja auch luftballons mit leds die waren auch cool dann könnt ihr auch zweideutige ballons mit machen ja auch eine möglichkeit hey mom die es ja immer zum junggesellenabschied oder sowas gibt still here it goes du kannst dir noch hinterherlaufen und die alle wieder einsammeln kannst du auch machen das ist eh bestimmt witzig außer der so äh 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 tschuldigung ich stelle es mir einfach gerade so witzig vor hm ich habe mich so glanzgehen wo die ganze zeit auf die Ehe gipsen maybe we're not that different i'm sorry for getting you into trouble you've done your best for us and don't deserve what's coming we'll make up for it one day once the dust has settled take care and talk soon Sean we'll let him have a brief so she was that close so she had to pay all that money back okay dude okay jetzt noch irgendwas was ich mitnehmen kann Klopapier vielleicht was wir in Klopapiermangel geraten sollten alter dieser Hund kann man so laut sein Sean hey Karen said you wanted to see me yeah but go grab that police scanner inside first I got to put these new plates on the car you mean if you're in a pandemic sure come on I'll join you in a second I mean Klo oh ja geil das sieht geil aus okay okay das Klo gefällt mir jetzt nicht so yeah me and David won't be sharing any playlist huh must be his ex-wife nah he's changed so much since this and not we are contenting yet hmm Chloe mhm oh he's also noch cool der Ding ja klar natürlich okay das lese ich tatsächlich mal meine Joyce liebe Joyce es war toll deine Postkarte zu erhalten du kommst viel rum ich wünschte ich wäre ich wünschte ich wäre bei dir wie in unseren Flitterwochen ich hoffe du bekommst die Welt ich hoffe du bekommst die Welt und xxxx zu sehen so wie du es dir gewünscht hast ich will sehen ich weiß unsere Leben sind jetzt so unterschiedlich aber ich denke aber ich hoffe wir können nach xxxx gehen alles ist jetzt so anders und ich hoffe dass wir eines Tages einfach ein Bier trinken und quatschen können wie früher ich vermisse dich mein Herz verrichtet gerade in Stücke danke dafür ich stelle dich das andere ein okay so es wird weird to be back on the road with Daniel after all this time in a community having a lovely morning on string quartets that was another no no was das vornehmend habe ich eben eingegeben dann war aber nichts aber da geht es nicht um so okay als die also ich will ja nichts sagen aber das was da oben drauf steht oder umgekehrt nie übergebt nicht anders kann ich auch nicht machen es hat aber nichts selbst wenn ich es rechnen würde das ganze meckchen das war aber entdeckte die da oben drauf war ich habe tatsächlich das auch gar nicht mehr so lange geht das ganze und jetzt Weißt du, war früher für Sicherheit, ne? Und jetzt? Sure. Ich denke so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just...honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. I don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. In war and at home. I didn't know how to deal with emotions or other people. Are you talking about your stepdaughter? Yeah. Some rich fucking kid shot her at school where I was supposed to protect her. I don't know how to deal with her. I don't know how to deal with her. I don't know how to deal with her. But once I lost her. Everything became clear. How selfish and stupid I'd been. I should have listened to Chloe. Instead of being a bully. Oh my fuck-ups. Crystal clear now. But I'm not gonna fuck this up. Sean. I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I wanna be straight up with you. Okay? Yeah. Of course. I know you guys got screwed. But you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with. All this. And... Daniel is growing up fast. Too fast. Hm. That's what I'm worried about. You made it here. So... I know you're on the right path. Oh. Sorry. I really have to take this. Hey Joyce. Right on time. Yeah. Okay. 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 Okay, you know. Let's check you out, one last time. Okay, David. Thanks for the explanation. Luna! Hallo! Hallo, Luna! Jetzt sind wir alle durch. Ach nee, das sind wir ja jetzt schon. Ja, das stimmt. Hier geht's dir, Luna. Voll gefressen, Luna. Voll gefressen. Und glücklich, dass ich's bald geschafft hab, dieses Spiel. Wobei, die letzte Episode geht ja sogar. Wo ist der Anfang? Wo ist er. Er wäre stolz, dass du wieder zurückkriegst. Er wäre stolz, dass du wieder zurückkriegst. Ich wünsche er hier mit uns. Es blöde, dass wir uns sehen, Portolobos. Aber er ist nicht. Ich weiß. Aber Esteban ist immer mit dir. Und er hat immer wieder, du und Daniel, zu sehen, wo er kam. Ich weiß nichts über Mexiko. Es ist schrecklich. Sean. Du hast den Wettbewerb von zwei Menschen auf deinen Beinen. Es ist okay, dass du nervös bist. Wieso das denn heißt? Daniels Power ist langsam besser, Dieter. Was für Dieter. Die ganze Sache habe ich einen Dreck. Du bist aber nicht für dich, oder? Nein. Natürlich meine ich nicht dich. Wirklich. Dich habe ich gern. Aber das Tricks gehört da drin nicht. Ich will nur, dass es vorbei ist. So wir können jetzt wieder anfangen, wenn wir können. Dein Bruder ist sicher nicht mehr ein kleiner Kind. Er hat zu kommen. Also bei dir kannst du sicher sein, dass ich dich nicht meine. Wirklich. Wo kommen wir denn da hin? Siehst du? Hör auf, dass was Luna sagt. Ja. Gesundheit, Frutches. Falls du mich hörst. Wir haben noch keine Flachen. Das ist ja schon. Das ist ja schon gut. Wir werden schon in einer Sekunde raus. So in dem Fall. Das glaube ich. Ja. Kind of sad. Ich weiß. Ich mag den Blumenwitz dennoch nicht. Ich mag den Blumenwitz dennoch nicht. Okay. Thank you. Well. Sean. This is it. Okay. Sollen wir unsere Mutter umarmen? Oder sollen wir sie nicht umarmen? Was meint ihr? Umarmen oder nicht umarmen? Okay. Luna ist für umarmen. Ivan ist auch für umarmen. Noch jemand eine Meinung abzugeben? Huch. Umarmen, Ivan. No. Wer umarmt mich? Ich will auch umarmt werden. Gut. Ich gehe mal davon aus, wir sind alle für umarmen. Dann umarmen wir. Ich mag den Energy übrigens. Luna? Den, den du mir empfohlen hast. Let's hit the road. Der ist richtig lecker. Deine Olle. Also wirklich. Na gut. Ich werde von ihm auch so genannt. Tschüss. 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 Ja, ich verstehe es, Luna. Ich verstehe es. Bei mir wird es auch grenzwertig. Aber wer will doch nicht was? Natürlich habe ich dich lieb. Natürlich habe ich dich lieb. Das ist wohl leider nicht mehr gekühlt. Ja, das ist aber geil. So geil. Ja, ich verstehe es. Ja, ich verstehe es. Wir sind schon drei Stunden von der Welt 13 auf 33. Ja gut. Wir spielen auch gleich Final, aber ich... Aber nicht den Blue Match. Wie glaubst du, dass wir hier leben können? Keine Ahnung, keine Ahnung. Also, was werden wir machen für Geld und was? Ich habe einen Job, Mann. Es wird nicht schwer sein. Du kannst wahrscheinlich nach Schule gehen... Mann, ich kann sogar noch nicht sprechen Spanisch. Wie kann ich Freunde machen oder tun was, wenn ich nicht sprechen kann? Ich werde dir, Mann. Du denkst du so? Das ist cool. Du fit in überall wir gehen. Und wir werden auch zusammenhängen. Um... Das klingt okay, ich glaube. Daniel... Ich bin auch Angst, du weißt? Aber wir werden... Wir werden alles gut sein. Gut. Ich bin gespannt, welches Ende wir kriegen, ne? Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Wenn wir das Ende der Grenze erreicht haben. Wir haben die Grenze erreicht. Noch nicht. Musik Ja, lass den Bengel noch fahren Passiert doch wieder irgendwas Wie immer, wenn er irgendwas ansteht, macht Tut Jedes Mal passiert irgendwas Jetzt haben wir die Krams erreicht Wie wurde der jetzt rübergekommen? Das sieht so großartig Dude, es ist nur ein giantes Fenster Except es wird nicht uns in Oh no Ja, unsere Mutter wurde verhaftet Geil! Hm, was? Ja? Nein Das muss ich jetzt auch richtig tun Hm Rein theoretisch könnte die Mauer ja einfach einreißen, ne? Ja Ja, könnte halt einfach die Mauer öffnen Hm, was? Hm 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 Das muss ich Das ganze Zeit Hm Ha Shit Ich denke das wäre nicht mehr als eine Kalle Hier Ah, kann es so here we are daniel the end of the road finally let's get out of here yeah take it easy you can do it you can do it you can do it you can do it i believe that it does not do much, right? dude, it's hard you can do that actually Weißt du, da soll das Kind einfach was machen. Was ist los? Ja. Das ist wohl, als wenn das niemandem auffallen würde. Ist auch überhaupt nicht leicht zu verfolgen. Wo sind die Jungs wohl hingegangen? Wie haben die das Tor wohl geöffnet? Es ist okay. Es ist okay. Just breathe. Breathe. So, würdet ihr jetzt bitte auf die andere Seite des Zaunos gehen? Wir sind das. Durch das Loch da? Nee, dann nicht durch das Loch. Niemals. Niemals. Dann fällt es doch überhaupt nie auf. Geht ihr jetzt da rüber? Oder wollt ihr euch nur länger die andere Seite angucken? Das könnte halt einfach so einfach sein. No, I don't. Come on. Let's go back to the car. Oh, man. Oh, I cannot wait till you're swimming in the ocean. Geht ihr dann. igetro da